willkommen zum weiteren teil der adventskalender vom hamburgers sportverein zwei stück einmal schokolade einmal den stadion wir sind bei 21 angekommen die 21 nee das war die 11 die 21 ist hier oben 20 war auf nächster schokodola für uns ja jetzt habe ich ein problem wo ist die 21 wo ist die 21 die 21 ist hier hier ist sie doch die 21 der schlinge ein magnet für die kühlschrank oder was auch immer wo metallisch was drauf ist kann man den hinklatschen etwa in der 21 22 sehen wir wenigstens noch mal die ist da hinten und so gucken wo die 23 neu ist weil das ist dann das letzte tribünenteil weil die 24 ist das große in der mitte erst mal wenn ich das heute gefallen hat drücken gerne das daumen dann da oben lasst mir ein Abo da tschüss bis nächstes mal und tschüssi